Hallo und herzlich willkommen heute wieder bei DEVIL TV. Hier ist wieder euer Pit und eure Nasty und wir spielen heute etwas ganz besonderes für euch. Viel spaß bei... Yay! Beat Saber! Gehen wir rein in die Kampagne und los geht's. Da ist er, ja? Ist es auch richtig rum? Bist du dir sicher? Ui! Gleich rum. Oh! Ui! Ui! Goste! Oh mein Gott, Leute, ihr wisst, dass ich aufkaufe und kaufe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und nun? So, ich würde gerne, dass wir uns hinstellen. Das ist viel krasser. Oder ist das zu leicht? Das geht so. Deswegen. Gut, mach ruhig noch eins. Okay. Oh mein Gott, Leute, Alter. Einmal hier und hier, hier ist die Statttassung drückt. Das hier mal kalibriert. Zack, genau. Jetzt verzeihung. Das geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das geht's. 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 Was mein Gott, was er denn so? Genau. Was ist das? Das war's. 9, 10, ja komm, fett, mal 8. Okay, jetzt will ich auch mal einstellen. Oh, ich will auch mal, das ist so toll. Das war ein Traum, danke. Oh, du bist ein Schatz. War's geil, ne? Ich bin gespannt. Oh mein Gott! Hast du, du hattest schon mal den hervorrufen oder was nicht rum? Ich muss jetzt hier reinmachen und dieses Ding nicht machen. Oh, das sieht ja cool aus hier drin, Leute. Oh, das ist ganz schön eng, wie du das hier gemacht hast, oder? Scheiße. Warte mal, Leute, ich muss mich mal um die... Ah, alles klar. Ich muss mich mal um die Schlaufen kümmern hier. Können wir mal die andere Schlaufe einfach aufmachen? Ja, das reicht. Das reicht, ja. Chugga die Bang, ich bin gerade am Start. Okay. Bin ich zu groß? Nö, nö, das geht schon. Was? Was? Jetzt schon? Äh, äh, Leute, Leute, das musste sein, oder? Kannst du nicht, oder? Kannst du nicht, oder? Was? Das zeigt irgendwas an? Äh, fuck it! Ich dachte, du hast das immer just for fun. Ich weiß, jetzt brauchst du ja nicht ansagen, oder? Ja, das sieht man. Alles cool. Wow! Wow! Was war'n das? Scheiße, Leute! Was müssen bei... Was müssen wir bei dieser Wand machen? Kann ich hier noch irgendwas? Was? Ist mich verarschen? Was? Ja, das ist eine Handwerber. Ich habe mich noch eine Hulung��äle lassen. Oh, mein Gott. Wie, wie, wo ist denn jetzt? Ich habe es Shane noch ein bisschen verstanden, aber ich habe es das ganz einfach mal wieder in meinem Gehlein. Alle R ancestor. So, ich werde das gerade schaffen. Scheiße, nochmal. Fuck. Doch, man. Es hat mich doch gerade getroffen. Scheiße. Ich werde das einfach gerade getroffen. Du musst es dann schon merken. Ich merke, weil du meinst, ich muss nicht so weiter, aber du musst scharf ausweichen. Ich merke, weil du meinst, ich muss nicht so weiter, aber du musst scharf ausweichen. Weil? Bist du mir? Hast du es kapiert, warum? Ich merke, weil du meinst, ich muss nicht so weiter, weil du meinst, ich muss nicht so weiter, weil du meinst, ich muss nicht so weiter, aber du musst scharf ausweichen. Ich merke, weil du meinst, ich muss nicht so weiter, weil du meinst, ich muss nicht so weiter, weil du meinst, ich muss nicht so weiter, aber du musst scharf ausweichen. Fuck you. Fuck you. Man muss die Schlaufe nicht mehr, aber du musst festnehmen. Fuck, ich übergebe mir einen Nessie. Ich habe keine Ahnung, ich verrege dich ganz seltsam los. Ich kann selber nicht... Ich kann selber nicht... Ich kann selber nicht die Schlaufe machen, Stranz machen. Mhm. Und so rüchte Stranz machen. Ich bin hier, der geht. Jetzt sind die auch richtig nah, richtig rum, ja. Ja. Wo sind denn die Schlaufe? Geh nicht zu, kannst du mir behördlich sein, bitte? Bitte? Einmal nur drüber. Schön. Krass. Hä? Was jetzt? Guck mal, lass mich ein bisschen... So, erstmal hier die Seiten wieder gedrückt halten. Was hier rechts, das kannst du eigentlich auch alleine... Ich fühl das nicht. ...mit deinem Daumen hier gedrückt halten. Und dasselbe auf der anderen Seite genauso. Was ist diein... Ich hab das gesagt. Was ist jetzt hier noch? Ich hab das jetzt nicht... Was ist das? Was ist das? Ich hab das gesagt. Ja. 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 Wann. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das macht voll laune, ich würde nicht damit aufnehmen. Man denkt, da hat sich die mit. Komm schon, so viel Schwerheit, der braucht mehr. Komm, mehr Herausforderungen sind. Komm, mehr Herausforderungen sind. Komm, mehr Herausforderungen sind. Komm, mehr Herausforderungen sind. One time. Das war's für heute. Wer hat diesen Skorgen? Der ist ein Min. Min ist jetzt. Der ist ein Min, Alter. Min hat hier auf unserem Profil gespielt, Alter, ich mach dich fertig, Min, Alter. Min. Min, Alter, komm, also Min ist heute unser größter Feind, Min. Nasty Scream hat sich gefragt, wer Min ist. Ich glaube aber, das können die Mindestanzahl der Punkte sein, die wir brauchen, um das nächste Level spielen zu dürfen. Ich munkel, ich könnte jetzt auch lügen. Ja. Ist das noch nie 4B? 4A. Ist das noch 4A? Was, wir dürfen noch nicht mal 4B? So, das ist so eine freche... Ich glaube, das ist das, was man draus macht. Fuck. 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 Das war cool. Ich glaub die Cam ist für mich zu weit. Ach, die scheiß Kombos, Mann. Siehst du die Arme? Ich weiß die Insel, ne? Ich weiß die Insel, ne? Fuck, wir haben immer zu fucking wenig Punkte. Du fangst doch kacke, oder? Okay, dann müssen wir wieder pumpen und schwimmen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Muss man das perfekt spielen, Ende? Ich weiß es nicht. Okay, wenn ihr wollt. Jetzt war's für heute. Zwei oder so. Das war's für heute. 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 Oh nein. Das ist nervig. Das war's für heute. Now misses. Nee, Scheiße. Hast du noch mal? Oh, das nervt, du musst müttig genau schlagen. Wir hatten schon 84.000. Das war doch schon mega. Wir haben es doch gleich. Das ist aber anscheinend nicht so leicht wie der Rest. Wann mal, ich hab mal. Ich glaube, wir haben noch ein Stück die Fände. Oh, Entschuldigung. Wir haben eigentlich ein kleines Kühlschrank. Oh, mein. Danke. Ich bin drauf. Super. Wuuu. So. Okay, dann macht es mir nicht so tief, dass ich mich nicht so tief bücken muss. Ähm, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wir kommen schon jetzt zurück. Nein! Ihr Afonks. Nee, nicht dahin zurück. Wir sind jetzt schon so weit gekommen, wie weit geht's. Wow. Leck mich am Arsch. Also, wir haben auf jeden Fall genug Forder. Da müssen wir aber hier erstmal noch ein bisschen was schaffen. Linkshänder, was, Webcolors, Farbentausch? Nö. Steady Glides. Hm. Hm. Passt schon. Spielerhöhe, Entzitsch? Hm. Ja, lassen wir mal. Ist okay. 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 Ich vergieße es. Ja, das kannst du jetzt schon vergessen. Ja, natürlich mich ein Feld, Alter. Habt ihr gerade gesagt, das kannst du jetzt schon vergessen. Ich würde gerne... Leute! Wört ihr mir überhaupt zu? So interessiert euch den Scheiß. Wie komme ich denn zu dem anderen Track? Wo ist denn der Rest? Ach, hier. Freies Spiel. How to play. Party. Nice. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wir müssen uns mal etwas Neues erzählen. Mastischben. Ja, Leute. Das ist nur ein kurzes Tutorial. Ja, vielleicht würde ich uns noch etwas tun erzählen. Wieso? Das ist harte, siehst du? Dann kannst du dir jetzt aussuchen, wie es dir passt. Das hat sich doch gelernt. Genau darum ging es. Willkommen in Beat Saber. Stand in the center and put your sabers into these rings to start. Good. Now cut the cubes in the arrow direction and match the color. That was too soon. Wait for the Beat. Okay. Mit dem Beat, okay? Excellent. Good. Also Beat und Stärke. Perfect. Das mache ich. Good. Wrong color. Perfect. Good. Now cut in any direction. Perfect. Awesome. That's it. Do not cut or touch these bombs with your sabers. Perfect. Awesome. Lean left. Lean right. Crouch. Congratulations. You are ready now. Okay. 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 We're going to do this. Okay. We're going to do this. Or are we going to do this? Es ist sogar Schwierigkeitsvergleichbar, sagen wir mal. Musik 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 Cool, ich ein bisschen alles schwinge. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alter. Das ist mies. 3000 haben gefehlt. So Leute, wir würden sagen, das war es erst mal von uns. Wir probieren das hier bestimmt noch ein bisschen weiter. Wir können es jedem nur empfehlen. Und wenn ihr Bock habt auf mehr von diesen Gamen, würde ich fast behaupten, die sollen den Scheiß kommentieren, oder? Oder sollen die einfach dranbleiben? Das nimmst du. Dranbleiben. Dranbleiben? Okay. Sorry, Leute. Now it's already me. Wir probieren das. Wir probieren das. Wir probieren das. Bye, Leute. Und wir diskutieren das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Oh my God. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Fuck... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Komm schon! Untertitelung des ZDF, 2020 Findest du? Ich find's mich... Ach, der Beignet ist der Scheiß, äh... Ja? Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Was? Ich bin schon weiter gewesen... Bitte, bitte... Ja? 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 Ich hasse es. Mensch, das wird... Ey. Alter, Alter, fahrt zur Hölle. Nein, nein, nein. Weiter geht's. Was war denn das? Ich hab's doch gedrückt. Ey. Ich bin echt aggressiv. Oh, nee. Ey, Dude. Konzentriere dich mal. Du sollst erst mal ein bisschen mitgucken. Alter, Dude. Was ist denn zu schwer? Ist nichts am Auto zu schwer. Gibst du jetzt auf, oder was? Was ist denn hier los? Der WC gibt auf, ey. Ich hab doch... Gehe hier auf, die uns zu tun. Ey, Dude. Mach's besser, oder? Was? Oben oder unten? Was? Oben oder unten? Mensch, Junge, kannst du mir auch mal anzagen? Nee, du kannst mal anzagen. Alter. 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 was war es mensch jetzt reden wir richtig und los kam nie müssen wir wir müssen das schaffen man und guck mal zu naja oh jonge Mensch, nicht nur rot, auch blau. Doch. Und bei sowas Doppelten brauchst du Nieser. Link, rechts, oben. Das geht nicht. Versuch hier das mal anzusagen. Das geht nicht. Nein, das ist nicht. Was gibst du denn auf? Oh, ey. Nimm mich rein. Gut, Schluss. So Leute, Nessie-Screamer, für mich ist das ein ganz krasses, kannst du jetzt überhaupt nübeln wissen? Nein! Geht nicht irgendwie in den Herz und zocken in den Kontinu. Ne, jetzt links, rechts, in der Mitte ist ein Pfeil. Ne, links, ja, rechts, der, genau, gut. Alles klar, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, das war wieder euer Pit und eure Nessie, euer DevilTV Team. Folgt uns bitte weiterhin unter twitch.tv slash Nessie-Screams sowie twitch.tv slash derdevil1991. Viel Spaß beim Zocken, peace out und bis zum nächsten Mal. Eine klare Kaufempfehlung von uns zu Beat Saber, wer eine PSVR hat, der sollte es schon längst besitzen. Bis dahin, reingehauen. Oh, Achtung, wir machen dann die Kommentarstunde. Grüße an Darren Jay und gute Nacht.